Fußball ist die schönste Sache der Welt und ab und zu auch die grausamste. Leider ist es normal, dass wenn du in so einer Phase bist, dich nicht gut fühlst. Ich kann schon sagen, dass ich damit zu tun habe. Wir müssen anfangen, Zweikler hinzuführen. Also eigentlich ist Karneval ein Glücksmoment, der auch wieder motiviert, für Köln alles zu lösen. Der Karneval hat keine Schuld an unserer Situation. Also dieser Karnevalsbrauchtum, der gehört einfach zu uns. Und wer ist jetzt schuld? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie auseinandergerissen werden. Ich will gerne die Spiele wieder gewinnen. Ja, man braucht ein Erfolgserlebnis, das ist immer so im Fußball.